hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von borderlines 1 wir haben jetzt hier schon versuchen gerade chrome zu kill oder ja 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 mal shotguns vielleicht das eine was für dich oh ja das hört sich gut an shotguns ist immer was feines für mich ich nehme sie auf jeden fall mit oder nett doch jetzt weil jetzt wo gerade so bisschen halligalli ist was haben wir hier granate die sehr wach gerade so vorne ich versuche dann immer so weit runter zu schießen ich habe mich jetzt gerade noch voll oder aber zum klick haben es kommt schon kaputt ich würde jetzt ganz schön die ballerei gab ja das ist gut das ist eine piste so ist es scharfschütze gewehr könnt ihr gefallen vielleicht und auch es soldat teil das kann schützen nehmen was dann normales das ist nicht besser einen weiteren teil des schlüssels vielleicht das brauchst du dir wenn da nichts grün ist und das sowieso nix für dich wie das lila gewäss ja aber ich meine wenn da keine grüne zahlen stehen kannst du verkaufen kannst du sowieso verkaufen aber geld ist geld geld nimmt man mit klar logisch geld regiert die welt und man kann ja immer nur was kaufen wenn was gutes drin ist aber du hast dich ja so oft wert dass du nichts gut deswegen ist es stimmt ich finde einfach hier nichts gutes aber dafür finde ich voll gut ist ja entweder man hat glück oder pech und ich hab halt pech gehabt ja auch ausrede genau ausrede auf jeden fall so also raketewerfer hat wie viel schuss 2 somit kann man ja schon mal ein bisschen arbeiten der anja war ja vorhin sehr seltsam der rakete werfe immer geschossen gleich drei rakete hin und abgefeuert nach lade das war so eine warum nicht ja ist ein bisschen seltsam aber kann man mit arbeiten kann man mit arbeiten sagte du bist jetzt schon richtung ausgang so mehr oder weniger was haben wir eigentlich noch an quests wenn alles erledigt war seine merken wir müssen neu holen ja wir können uns jetzt nur helfen teleportieren eigentlich kann man sich endlich überhaupt irgendwo teil moment er müsste am anfang sein ich versuche gerade hinzulaufen sind nur noch 190 meter schaste stimmt wenn ich immer noch alle waffen nach lade oder sind auch europa konzert töten oder einfach dran vorbeilagen ich bin die töte ja 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 blut ich würde dann gleich der teleport anstreben für nur new haven wenn nichts dagegen hast ja kunst du machen so wo ist der new haven dort ist new haven da gehen wir gleich mal los so da müsst ihr auch gleich irgendwo genau darüber da kann man immer abgeben ich nehme danach gleich die neue quest anfang von hier ja schwarzen brett personen ist jetzt und da drüben ist auch noch christ was möchte sie mittel of nowhere müssen wir noch so spürt jetzt aber er schmucket mir die ganzen dinge ab oder ja also mit als esse müssen wir noch mal zurück und was kann man nur ist gesundheit ich habe eigentlich noch gar nicht geguckt was ist viel waffe war wo ich gekriegt habe kann ich nichts sagen nichts besonderes so ich gehe mal dann in das nachbarteil ja einmal weiter was kann man was so wir müssen dann immer da rüber und immer hinten raus ich nehme gerade das auto ich gucke ob ich es abgeben kann aber erst verkauf ich noch ein bisschen dann laufe ich da runter zum dingster äh jäger das brauchen wir nicht so so los wir machen deine karte auf fahr'n fletsch muss ich durch ja ich musste durch jetzt habe ich ein schönes jetzt noch ja bitte löst falsch ist ein teleporter da wo du hin fährst ist ein teleporter ja von mir zeigt es halt hier an noch 42 noch 30 da oben ist aber auch was auf die karte guckst oben auf der karte machen ja bleibt da unten das ist glaube ich nur zum abgeben scharfschütze gewährt bitte einmal warum muss er sich gerade in dem moment bewegen wo ich schieße das ist immer so eine gute frage nachladen tötete ich mal kurz mehr headshot er hat aber alle glück vom gehoffs du kannst dich gleich teleportieren ja alles gut wo ist er abgeblübt das die auf die reichweite so gut kann ja so war sogar ein neuer das war ja die ist sogar hier warte mal dann mache ich die quest auch schnell noch man kennt mich noch so lange die bandite hier irgendwie will es halt wie so der typ irgendwie will es hm mhm du hast das hässliche ding getötet ich hab hier es gebeten die klasse a status zu geben aber sie will nicht also haben wir ihren roboterarm geklaut bis sie einwilligt wo solltest problemlos vorankommen sind wir frei du roboterarmdieb ja gut mach du gut ich geh dann gleich wieder raus weil ich muss nur abgebe mhm 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 so stehen noch so ich bin dort und gibt klar oder so hat mir nichts gegeben alles klar dann gehen wir mal new haven vermisste personen haben wir noch und rust common east in middle of nowhere ist die frage was du willst die frage ist was müssen wir machen ist ganz gefunden was britt über finden ach komm noch nur rust common west dann bin ich gleich da ich bin schnell teleport so das andere ist der ob das können wir mit dem auto holen und da fahr schnell hin willst du mitfahren oder selbst fahren das ist ein teleporter dann hast du schön teleportiert oder was nach was kommen ist das es gibt es aber das ist die ist zuerst die 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 ja wo ist als er hochfahren ich war das schon los Okay, Schamba, haben wir das noch nicht. Voll. Ja. Das ist ja komplett falsch gefallen. Aber wir müssen ja jetzt eh aufsteigen. Ah jo. Kommt so gar nicht hin. Egal, wie rum ich fahre. Ja, richtig. So. Wer auf die CD gekommen ist, verstehe ich nicht. Ich verstehe halt nicht, warum man Fahrzeuge macht. Und dann muss man sowieso immer wieder aussteigen. Du kommst nicht immer über die ganze Karte mit dem Auto. Ja, verstehe ich auch nicht. Bisschen dumm geregelt. Jetzt müssten wir dovere Auto holen, dann könnten wir über ein Stück Fahrer, dann würde er aussteigen. Na, ist doch Blödsinn. Ja. Deswegen ja schnell Teleporteurs. Steige ein. Ah, los, ich bin schon da. Ups. Ja. Kannst du auch da ausrum. War ein bisschen im Kreis. War ein bisschen ausrum. Ich glaube, ist es hier schon. Ja, da oben ist es. Vielleicht können wir sogar mit dem Fahrzeug fahren. Ja, scheinbar. Ich würde mich jetzt totlauern, wenn auf deiner Seite ganz kleiner gegangen ist. Mehr kommt dann nirgends weiter. Ja, kann ich sagen. So ohne ist es. Da unten. Müssen wir hier wieder raus? Weiß ich nicht. Aber ich steig mal aus. Wir müssen ja sowieso die Quest per Hand aufnehmen. Das ist korrekt. Ah, okay. Jetzt haben wir das gefunden. Wir hatten vorher der Teleporter, nicht? Ne, wir hätten hierher gemüsst. Schwarzes Brett. Und? Mission angenommen? Oh, Munitionsdingen und alles. So. Was? Middle of nowhere. Ja, das ist irgendwo in der Mitte. Wo müssen wir hin? Na rechts, Runde eigentlich. 400 ein paar zerquetschte. So. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Beteiligten fürs Mitspielen. Ich hoffe, ihr hattet alle genauso viel Spaß wie wir. Haut rein, genießt den Tag und bitte checkt noch die Links von Sci-Fi for Charity aus. Tschüss. Yes. Tschüss.